Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveler-Podcasts mit mir, dem Jens und natürlich dem Freizeitpark-Traveler himself, dem lieben Stefan. Hallo Stefan. Da bin ich. Hallo Jens. Grüß dich. Wieder zurückgekehrt aus dem Legoland, über das wir heute reden und ich bin super, super, super gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich habe dich verfolgt natürlich auf Instagram und habe gesehen, du hattest einen großartigen Tag und ich habe tausend Fragen. Ja, genau. Ich war bei den mythischen Sommernächten, beziehungsweise bei der ersten mythischen Sommernacht im Legoland und im Vorfeld habe ich schon das Programm gesehen und war mir sicher, wir müssen darüber nochmal eine eigene Folge dann auch aufnehmen, weil es einfach so viel gab, was ich erlebt habe und möchte das auf jeden Fall mit allen teilen und Lust machen auf einen Besuch. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen und ja, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ja, normalerweise teasern wir aber so ein bisschen an, aber ich habe gedacht, ich springe mal mit beiden beiden rein, weil wir sind ja mittlerweile oder schon seit Längerem wirklich auch irgendwie Fans des Legoland, muss ich ja auch sagen. Und das ist ja sowieso schon immer mal eine Reise wert, da haben wir schon diverse Folgen zu aufgenommen und jetzt noch mit einem tollen Showprogramm, muss ich sagen, wow, da können sich viele andere Parks noch eine Scheibe von abschneiden, aber warum das so ist, das erfahrt ihr natürlich jetzt gleich. Dann erzähl doch mal so ein bisschen, spring mal rein irgendwie so in die Legokiste und ich werde dann immer wieder mal die eine oder andere Frage stellen, aber mich auch sehr entspannt so ein bisschen zurücklehnen und mal zu hören, was du tolles zu erzählen hast. Das sah großartig aus. Ja, also ich war am 29. Juli vor Ort, das war ja die erste mythische Sommernacht und es gibt noch zwei weitere Termine jetzt im August, am 5. August und 12. August. Also ich hoffe wirklich sehr, dass ihr die Folge vorher hört und ja, vielleicht oder bestenfalls noch einen Besuch auch einplanen könnt. Ansonsten sind ja diese langen Sommernächte jedes Jahr wirklich ein absolutes Highlight, weil ja der Park geöffnet hat von ja, ich würde mal sagen, 9.30 Uhr, 10 Uhr bis 22 Uhr, beziehungsweise 22.30 Uhr bis dann entsprechend auch das Feuerwerk am Abend dann auch ja einfach am Himmel erstrahlt ist. Ja, hat man auf jeden Fall ganz, ganz viele Stunden Zeit, den Legoland Park zu entdecken und es gibt nicht nur das Feuerwerk, sondern den ganzen Tag Programm. Und ich hatte ja zusätzliches Programm, denn ich war ja, sage ich mal, nicht nur zu den mythischen Sommernächten vor Ort für meinen Kanal, sondern ich durfte auch wieder den Instagram-Kanal vom Legoland auch übernehmen, also als Art Instagram-Takeover, um einfach so aus meiner Sicht dann vom Tag zu berichten und da hat man natürlich schon auch immer so den Anspruch, dass man auch alles wirklich dann noch sehen muss und bei dem Programmplan, also den ich auch schon vorher irgendwie mir auch anschauen konnte, habe ich mir wirklich so einen Zeitplan erstellen müssen, damit ich nichts verpasse, alle Highlights dann auch auf meiner Liste dann auch habe und die auch dokumentieren kann und, und darüber können wir ja vielleicht auch im Laufe der Folge noch sprechen, hatte ich auch wieder eine Signierstunde im Legoland City Shop direkt im Eingangsbereich zum Anlass von meinem neuen Legoland Guide, der ja sehr ganz frisch erschienen ist. Und ja, das ist alles auf diesen einen ersten mythischen Sommernachtstag dann auch gefallen und ja, da hatte ich auf jeden Fall ganz, ganz viel Programm. Hattet ihr denn wenigstens wirklich eine Sommernacht oder hat euch da unten auch der Regen eingeholt, den ich hier oben hatte oder war das halt wirklich okay? Es war auf jeden Fall, ja, würdig dem Thema mythisch. Also wir hatten alles mit von Regenschauer, Sonnenschein, es war trotzdem sehr, sehr warm, aber es hätte wirklich schlimmer kommen können. Also es war ja sehr, sehr schlechtes Wetter auch angesagt. Wir sind zu Hause am Morgen losgefahren um sieben, da hat es wirklich noch geblitzt und gedonnert und wie aus allen Kübeln dann auch geschüttet. Vor Ort war es dann wirklich besser, als es eigentlich angesagt dann auch war. Also es gab wirklich ganz, ganz viele trockene Stunden dann auch. Und ja, wo es dann mal geregnet hat, ist man dann halt irgendwie indoor dann mal reingegangen und hat dann auch irgendwo dann auch mal was gegessen. Also es war alles dabei, Sonnenschein, Wind, Regen, Blitz und Donner. Aber im Großen und Ganzen konnte man doch echt alles auch machen. Es ist auch nichts ausgefallen. Auch da besteht natürlich auch die Gefahr, wenn es dann auch regnet, dass dann auch die Legodon-Paraden nicht stattfinden. Also es hat alles stattgefunden. Von daher kann man eigentlich da echt mit einer guten Bilanz nach Hause gehen, wie man so schön sagt. Ach, wie super. Ja, und vorweg, falls ihr das jetzt hört und sagt, ja, was bringt mir jetzt die Folge, weil es ist ja jetzt vorbei. Also je nachdem, wann ihr es hört, kann es natürlich wirklich vorbei sein. Aber es war nicht der einzige Abend. Also die machen den ganzen Trubel nicht nur für einen Abend, sondern für drei Abende. Und wenn ihr, wie ihr das hoffentlich tut, den Freizeitpark Traveller Podcast abonniert habt und ihn direkt anhört, wenn er rauskommt, dann habt ihr noch schnell die Chance zu zwei weiteren Events, diese mythischen Sommernächte eben auch zu erleben. Ja, oder dann ab nächstem Jahr dann wieder. Also es findet ja jedes Jahr im Sommer statt, immer unter einem anderen Motto. Dieses Jahr mythisch wegen Lego Mythica, den neuen Themenbereich mit dem Wing Coaster Maximus. Also da sind wir beide ja auch große Fans auch von. Ja. Und ja, von daher stand das alles unter dem Thema Mythologie. Und es waren noch ganz viele mythische Kreaturen dann auch im Park und ganz tolle Dekorationen, die da aufgebaut worden sind. Aber mein Tag ging ja ganz, ganz, ganz früh los. Und darüber möchte ich ja auch ganz exklusiv sprechen, weil das hat man nicht alles sehen können. Denn ich war schon ab 8.30 Uhr im Park. Also ja, fast anderthalb Stunden vor offizieller Eröffnung durften wir schon rein, um gerade natürlich auch für den Instagram Takeover dann schon ein paar Aufnahmen dann auch zu machen. Und da muss ich ja auch schon so ein bisschen schwärmen, weil das war das allererste Mal, dass wir auch ja über die Security rein durften, allerdings alleine. Also das heißt, ich hatte ja auch wieder den Felix auch mit dabei. Aber wir sind dann ohne Begleitung. Also so viel Vertrauen wird uns schon geschenkt über den Backstage-Bereich reingekommen. Und ja, wie es da im Hintergrund aussieht, darf ich natürlich nicht erzählen. Aber das ist immer sehr, sehr spannend, dann auch mal zu sehen, okay, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann sich vorbereiten. Dann auch im Miniland waren auch noch die Gärtner auch am Werk, haben noch alles geputzt. Dann Putzmaschinen, Gabelstapler. Das sieht man alles gar nicht, wenn man irgendwie dann, wenn sich das Tor dann auch öffnet und denkt, ach Mensch, ist doch alles irgendwie geputzt und gestriegelt. Aber dass da kurz vor Beginn, also es war wirklich zehn Minuten vorher, sind dann noch irgendwie große Maschinen durch diesen Park dann auch gefahren. Sowas finde ich immer ganz spannend und deshalb wollte ich darüber auf jeden Fall noch erzählen, weil ja, das alles kann natürlich immer nur so erstrahlen durch die Arbeit von ganz, ganz vielen Leuten, die da im Vorfeld, am Abend und am Morgen ganz früh aufstehen und da putzen und machen, sodass der Park dann einfach wieder dann auch glänzt. Und das war auf jeden Fall spannend, auch mal am Morgen dann auch so ganz hautnah dann auch erleben zu können. Ja, das haben wir bei deinem letzten Event auch hören dürfen, als wir da bei den lieben Menschen im Backstage-Bereich waren, die da in der Lego-Werkstatt arbeiten. Die haben das ja auch berichtet, dass sie morgens da durchlaufen und gucken, wo muss irgendwas ausgebessert werden, weil klar, man geht so in den Park und man nimmt das so ein bisschen für gegeben hin, dass immer alles irgendwie perfekt aussieht und alles sauber ist. Aber da steckt eine Menge Arbeit drin. Insofern muss man immer mal ein bisschen an die Leute denken, die einem den schönen Parktag dort bescheren und die dann morgens da schon drin sind. Und es ist ja auch wirklich für dich, also ich kann das voll verstehen, es ist ja ein Traum für jeden Freizeitpark-Fan mal, also du weißt ja nicht alleine, weil da war natürlich viel Trubel, aber irgendwie mal allein vor der Öffnung, ohne die ganzen Gäste und Gästinnen da durch den Park laufen zu dürfen, ist natürlich für jeden ein Traum. Ja, und dann ist ja auch im Miniland jetzt gerade auch für das Abend-Event dann auch eine große Bühne auch aufgebaut worden. Da gab es dann auch schon die ersten Proben dann auch, die dann auch stattgefunden haben, auch für die Shows dann auch am Tag. Also es war dann so wirklich so ein bisschen Backstage unterwegs zu sein, das alles nochmal so aufzuspüren und das war dann echt schon so, ich weiß nicht, so eine Spannung in der Luft, sodass es jetzt gleich losgeht. Und wir sind dann auch wieder nach vorne zum Eingangsbereich dann auch gegangen, wo dann halt auch schon die ganzen Gäste drauf gewartet haben, dass endlich die Drehkreuze freigeschaltet werden und man ja einen Tag dann auch starten kann. Dann gibt es auch, und das finde ich auch ganz schön, gerade zum Opening am Morgen, so eine kleine Show mit Olli dem Drachen, das ist ja der Parkdrache oder Parkmaskutschen, der dann so eine kleine Show dann auch hat, wo dann auch so ein Countdown runtergezählt wird und alle sind dann so, also die Kinder sind echt on fire. Und das war auch nochmal schön dann auch zu sehen. Und, und das finde ich auch ganz schön, wir kennen es ja auch aus anderen Parks, gerade so diese Character Meet and Greets, wo man immer stundenlang auch anstehen muss. Also das ist auch echt dann entspannter, also das heißt, es kommen dann ganz viele Characters am Morgen in den Bereich des Eingangsbereichs und da kann man dann einfach Fotos machen, also gerade mit Olli und Tim, dann von Niago waren dann auch Characters dann auch vor Ort und das ist dann schon mal schön und das wird auch echt regelgenutzt. Ja, glaube ich gerne. Also würde ich, wären wir auch alle hin und weg und die Kinder. Und wir auch als Erwachsenen. Ja, natürlich. Im Eingangsbereich ist dann noch eine große Bauaktion gewesen. Es gibt so ganz, ganz viele Lego-Fanclubs in Deutschland, die so eine ganz eigene Bauaktion dann auch hatten. Und unter dem Motto Everything is Awesome, da gibt es auch dieses Set. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit diesen bunten Lego-Figuren, da haben die sich als Challenge aufgegeben, jetzt das in groß mit ganz, ganz vielen Lego-Steinen nachzubauen. Ach, dieses Set kenne ich. Das ist, ja, ja, großartig, wunderschönes Set. Genau, das ist, wie gesagt, auch ganz, ganz bekannt und auch total beliebt und passt da wirklich auch super gut auch rein. Und das werden die jetzt über die nächsten Samstage kontinuierlich mit dem großen Team aufbauen und das konnte man dann schon so bewundern im Eingangsbereich. Also, wo ich dann auch diese Pläne auch gesehen habe. Also, die haben das ja wirklich sich selbst dann auch ausgedacht und jetzt wechseln die sich dann auch ab von den Fanclubs, dass sie dann, ja, nach und nach dann mit den großen Teams dann auch in den Park dann auch kommen und wirklich live im Park dann auch dieses Set dann auch nachbauen in XXL-Form. Wow. Und, ja, da habe ich mich auch mit ein paar Leuten unterhalten können, die auch gesagt haben, wie viel Vorlaufzeit das auch benötigt und das ist alles in Eigenregie und in Abstimmung und, ja, dass sie da ganz, ganz viel, ja, Engagement dann auch haben und sich da auch freuen, dass sie das dort im Park dann auch bauen können. Und, ja, das ist auf jeden Fall auch ein schöner Einstieg dann auch gewesen. Wie ist das denn generell? Gibt es Dinge, also, wir kommen ja gleich noch zu den einzelnen Sachen, aber sowas wie das jetzt oder diese Wasserfontänen, zu denen du ja bestimmt auch gleich noch berichtet. Sind das Dinge, die vielleicht auch diese mythischen Nächte überdauern werden oder ist es dann wirklich nur für die drei Abende und es liegt dann wieder brach oder wird sofort wieder abgebaut? Hast du da irgendwie eine Idee? Weil jemand wie mich zum Beispiel, ich plane ja auch gerade, ich werde am 17. August dort sein, das ist ein Donnerstag, ist auf dem Rückweg, aus dem Urlaub, habe ich gesagt, okay, ich muss mit den Kindern auch nochmal ins Legoland, nachdem ich letztes Mal ja alleine da war. Und, ja, genau, und denke halt so, ach, vielleicht ist ja noch ein bisschen was übrig geblieben von diesen Tagen. Also, ich sage mal so, im Legoland gibt es ja über das gesamte Jahr immer wieder Events. Jetzt als nächstes kommt ja dann Halloween und auch die Winterzeit dieses Jahr auch ganz neu. Und auch da gibt es immer wieder Bauaktionen, Special Events. Also, ich glaube schon, dass jetzt viele Sachen, die jetzt auch neu waren, sicherlich jetzt auch einfach hinterfragt werden, kann man sowas dauerhaft im Park dann auch lassen. Aber grundsätzlich, selbst wenn das jetzt nicht alles so fortgeführt wird, wird sich das Legoland immer wieder auch neue Sachen dann auch ausdenken, um die Leute zu begeistern. Und, und das muss man auch dazu sagen, alles das, also dieses Event kostet keinen Cent extra. Also, das heißt, man braucht kein Special Ticket, es kostet nicht mehr, es ist ein ganz normales, also wenn man ein Tagesticket hat oder auch eine Jahreskarte, kann man an mythischen Sommernächten vorbeischauen. Und auch das muss man ja erstmal irgendwie in anderen Parks kostet, das ist halt echt ein Upgrade. Ja, da ist das ein Special Event oder so. Genau, dass man da irgendwie nochmal 20, 30 Euro Aufschlag irgendwie zahlt, vor allem für Feuerwerk und Co. Also, das kostet ja auch alles sehr viel Geld. Ja, das ist wie gesagt da nicht der Fall, sondern, wenn man ein ganz normales Tagesticket dann auch löst, dann kann man da entsprechend alles dann auch von 10 Uhr bis 22.30 Uhr dann auch erleben. War es denn auch, wenigstens dann auch voller als sonst? Also, hast du das Gefühl gehabt, dass Leute extra, dass die das wissen, dass die Leute extra deswegen da hinkommen? Oder waren das hauptsächlich irgendwie normale Besucher, Besucherinnen, die, oh, guck mal, heute Abend ist zufällig lang auf? Oder sind das so die echten Fans? Nein, also, die Sommernächte sind eh seit Jahren total beliebt, also, das haben viele auch auf dem Schirm. Ich glaube, durch die schlechte Wetteransage im Vorfeld war es auf jeden Fall etwas leerer. Es war trotzdem wirklich gut besucht und vor allem dann am Abend vor dem Feuerwerk sperren sie ja dann die anderen Themenbereiche dann auch ab, gerade aus Sicherheitsgründen. Das heißt, es hat sich dann im Miniland schon sehr geballt. Aber es war auf jeden Fall, ich würde sagen, es war nicht zu voll, es war nicht zu leer irgendwie. Irgendwie war da echt eine schöne Stimmung dann auch. Ja, von daher habe ich es eigentlich als sehr angenehm dann auch empfunden. Wartezeiten an den Attraktionen normal hoch teilweise, also teilweise auch so 50, 60 Minuten bei den Achterbahnen. Also, da habe ich jetzt am Abend auch jetzt keine geringen Wartezeiten dann auch entsprechend dann auch wahrnehmen können. Aber ich glaube, und das habe ich auch bemerkt, am Morgen war es noch relativ ruhig. Also, vielleicht wäre das auch einfach der Tipp, weil viele Familien, vor allem mit Kindern, sicherlich erst am Nachmittag gekommen sind, weil wenn man halt dann um 22 Uhr das Feuerwerk dann auch anschauen will, kommt man vielleicht nicht so wie wir schon um neun, sondern erst um 14 Uhr. Da hat man immer noch ganz, ganz viele Stunden irgendwie noch vor sich. Und das habe ich schon gemerkt, dass so nach dem Mittag kam nochmal so ein richtiger Schwung an neuen Menschen und Gästen dann auch mit dazu. Und ja, damit man dann auch wirklich lange dann auch durchhält. Ja, dann kommen wir doch auch zu einer Neuheit. Du hast ja schon angesprochen, die wunderbare Wassermagie. Eine neue Wassershow, die jetzt auch zum ersten Mal stattgefunden hat in der Lagune. Da habe ich mich erst mal gefragt, was ist denn die Lagune? Hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm. Aber es gibt zwischen dem Eingangsbereich und dem Miniland ist wie so ein kleiner Flusslauf. Und da haben die ganz viele Wasserfontänen dann auch eingebaut. Das waren jetzt nicht irgendwie 300, das war jetzt nicht die größte Wassershow, die man noch nicht gesehen hat. Aber es war so mehrfach am Tag immer zu unterschiedlichen Songs, wurden halt dann die Fontänen dann auch abgefeuert. Und vor allem am Abend war es halt wirklich mega schön. Also mit hier von The Greatest Showman irgendwie, This Is Me. Ich meine, das ist eh total der Gassenhauer und alle sind da total am Mittansen gewesen. Und abends war es halt super schön, weil es war dann auch beleuchtet und dann diese Wasserfontänen riesig. Und es war wirklich, es waren jetzt vielleicht irgendwie nur so 10, 15, 20 Wasserfontänen. Aber das hat so eine schöne Stimmung gemacht und die Leute waren auch echt, die haben das auch wahrgenommen und sind stehen geblieben. Also da war auch echt eine große Menschentraue, denn auch jeder mit dem Handy und sowas, dass ich mir das wirklich sehr, sehr wünschen würde, dass gerade diese Wasserfontänen dann auch noch länger irgendwie bleiben. Weil ich hatte das Gefühl, also das kann ja jetzt nicht ganz so aufwendig sein, aber ich weiß jetzt natürlich nicht mit Wartung und Co. Aber also ich finde, das können sie schon beibehalten. Das meinte ich halt, das wäre schon schön. Aber gut zu wissen, wo die Lagune ist, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das vor dem, also gegenüber des Restaurants ist, da wenn du dann links Richtung Lego Powerbilder läufst und so. Ja, du meinst die Markthalle. Ja, gegenüber der Markthalle, genau, da ist ja eh diese See. Da ist zwar auch noch irgendeine Attraktion ja drauf, aber ich dachte, dass man es vielleicht da gemacht hätte. Aber okay, spannend. Da ist die Hafenrundfahrt, das wurde zwar abends auch schön beleuchtet irgendwie mit so verschiedenen Lichtspots. Aber ja, die Lagune ist vorne. Die Markthalle ist für mich eben das Restaurant, weil es das ist, wo ich eigentlich immer essen gehe. Ja, da musst du auch ein paar andere Sachen ausprobieren. Da waren wir bis wieder in der Markthalle. Siehst du? Siehst du aber auch gut. Und der Salat und diese Pommes und ach, das ist einfach toll. Ah, diese Chris-Cutze, wie heißt die, Kartoffelpommes irgendwie. Und ganz neu habe ich auch ausprobiert, so ein Törtchen aus, irgendwie, ich glaube, aus Hafer mit Ananas und Co. Super lecker. Wirklich super. Also so war auch so ein bisschen Erdbeer da auch drumherum und sowas. Das habe ich irgendwie, so einen Hafer, Haferboden habe ich irgendwie so in der Art auch noch nicht gegessen. Also es hat jetzt auch nicht so ultra gesund geschmeckt. Also es war natürlich trotzdem so erzuckert drin, aber ich habe dann gedacht, Mensch, es ist Hafer drin, es muss gesund sein. Genau. Ja, also das wir, Wassershow sollte man auf jeden Fall einplanen, damit man, ja, die muss man sich auf jeden Fall auch angeschaut haben. Dann, und auch das, da kann ich jetzt schon mal sagen, plant da starke Nerven ein. Es gibt ja den neuen, oder sag ich mal, das Bauzentrum, Rebuild the World, ich bin schon total ins Englische abgerissen. Rebuild the World, ja, da beim großen Einstein, ich weiß nicht, den müsst ihr ja sicherlich auch gesehen haben. Da ist mir übrigens zum erst mal aufgefallen, dass seine Augen sich bewegen. Also der ist ja komplett riesig aus Legosteinen gebaut und da bewegen sich auch die Augen. Das habe ich jetzt dieses Mal zum ersten Mal irgendwo dann auch, also selbst mir fallen immer noch Details irgendwie auf, die ich noch nie gesehen habe. Also wenn ihr da seid. Dann steht das auch nicht in deinem Buch. Das heißt, es gibt trotzdem noch, trotz deines vollgepackten Buches noch Sachen, die man noch entdecken kann. Das ist doch cool. Mache ich dann in der Neuauflage dann nächstes Jahr oder so. Genau, also das heißt, dort konnte man Bobs bauen, Bobs ist ja, sag ich jetzt mal, es ist kein Einhorn, es ist kein, man weiß nicht, was ist es? Ein Fabelwesen, bekannt ja aus dem neuen Themenbereich Lego Mythica und es gab ja auch den Mythica 4D-Film, wo man ja Bobs auch kennenlernen konnte. Und zur Eröffnung vom Themenbereich Lego Mythica konnte man den ja an einem Tag allerdings nur gratis bauen aus Legosteinen. Und die Aktion ist so gut angekommen, dass man den jetzt an allen dieser Aktionstage dort in diesem Bauzentrum auch bauen kann. Aber ich muss wirklich sagen, starke Nerven, es ist wirklich wie Mord und Totschlag dort drin. Okay. Es sind so viele Leute, kleine Behältnisse mit diesen Lego-Steinen, die Anleitung, jeder, also es ist wirklich irgendwie Kinder, Erwachsene, ich hatte eher das Gefühl, dass die Erwachsene sich schon fast irgendwie um diese Lego-Steine dann auch schlagen, damit jeder irgendwie so, weil man musste an verschiedenen Stationen sich die Steine zusammensammeln, dann die Anleitung dann auch finden, das aufbauen. Also da wäre so mein Feedback, also zum einen vielleicht auch die Besucherzahlen so ein bisschen vielleicht begrenzen, dass da halt nicht alle, also es war halt unbegrenzt. Das heißt, es gab immer wieder Leute dazu, Leute dazu, Leute dazu. Und auch so diesen Prozess irgendwie dieses, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hätte mir gewünscht irgendwie, dass es halt einfach so Behältnisse gibt irgendwie, wo du halt so nach und nach die Steine so nach und nach raus holst. Aber es war halt überall, waren da ein paar Steine, hier ein paar Steine, irgendwie, es war da warm drin, stickig. Also wenn ihr das machen wollt, wirklich starke Nerven. Es ist cool, weil wie gesagt, dieser Lego-Bobs ist super und es passt auch, auch zu den Müschen-Sommernächten und das wird, also wir haben das dann auch gemacht, aber ich war dann auch echt froh, wo ich dann auch wieder draußen war und habe wirklich verzweifelt Eltern gesehen, die kurz vor einem Nervenzusammenbruch dann auch standen, weil halt irgendwie, ja, wo sind die Teile noch und jetzt fehlt mir noch und dieser, dieser Lego-Bobs besteht irgendwie auch gefühlt aus so 30 verschiedenen Lego-Steinen. Ja, das ist ja relativ bunt, ne? Ja, und da muss man auch genau hingucken und wo ist die Anleitung und also da, wie gesagt, und ja, wir haben ja schon im Vorfeld auch gesprochen, wir loben, glaube ich, sehr, sehr viel, aber auch da gibt es noch Sachen, die man sicherlich auch verbessern kann und das würde ich mir wirklich wünschen, weil es ist so eine coole Aktion und alle Leute wollen unbedingt sich so ein tolles Souvenir, vor allem kostenlos mit nach Hause nehmen, aber man muss es irgendwo, ja, noch ein bisschen fein justieren, diesen ganzen Prozess, damit man auch irgendwie mit einem coolen Gefühl nach Hause geht oder erst die ganzen Steine zusammensammelt und vielleicht in einem separaten Raum einfach in Ruhe diese Sachen zusammenbaut. Sowas so, dass die Leute halt schon an in diesen Behältnissen die Sachen zusammengebaut haben, das heißt, man ist gar nicht mehr rangekommen, das heißt, man muss sich dann durchschieben und ach ja, also das war dann so, wo ich gedacht habe, das muss man schon sehr wollen. Ja, ja, also kann ich verstehen, aber vielleicht kann man da irgendwie einen vorne hinstellen und gucken, dass immer nur so und so viele Leute drin sind, sonst ist es kein schönes Erlebnis, klar. Ja, war viel zu viel, aber dafür haben wir Bobs mitnehmen können. Juhu, Bobs ist ja auch toll. Ja, Bobs ist super cool, also auch ein Lieblingscharakter. Ja, dann sind wir auch mal im Miniland unterwegs gewesen, da waren ja über den Tag auch immer wieder auch Shows, also da, wo am Abend dann auch die Live-Bände auch zu sehen war, gab es dann auch so eine kleine Familienshow, die nannte sich der Regenbogendrache, auch da fand ich halt irgendwie cool, dass das Thema Regenbogen ganz oft auch aufgegriffen worden ist irgendwie, also das sieht man ja jetzt auch nicht in jedem Park, das ist alles so bunt und farmfroh und das war auch echt süß gemacht, jetzt nicht spektakulär, aber man muss ja immer so ein bisschen auch durch die Augen der Kinder irgendwie schauen und ich habe da auch ganz viele Kinder auch beobachtet, die fanden das irgendwie toll, der Regenbogendrache, der dann so die Tänzerin dann so verwandelt hat, die waren dann zum Schluss ganz bunt und haben auch dazu getanzt und es war echt kurzweilig und sehr amüsant dann auch gemacht, also so war über den Tag dann, da ganz viele unterschiedliche kleine Shows, von daher haben wir uns auch das angeschaut und ich schaue jetzt gerade mal, also dass ich nichts vergesse, ja und dann waren wir noch auch auf der Wünsche Wiese, die befinden sich auch im Miniland, da waren auch so Feen und Feenmänner, wie nennt sich die? Feen, ja, wie heißen männliche Feen? Feen, ja, also weibliche und männliche Feen oder wie wäre es, man weiß es nicht, wir wollen alle berücksichtigen. Alle Feen sind willkommen. Ja, aber da gab es eine kleine Aktion für Kinder auch, eine Mitmachaktion, wo man sein Wunsch auf eine schöne Karte auch aufschreiben konnte und das an so einem Baum dann auch aufhängen konnte, also unter dem Thema Wünsche Wiese, irgendwie das Wünsche in Erfüllung gehen, es gab dann so Leuchtwürfel, wo man sich auch draufsetzen konnte, aber so als Highlight konnte man dann den Wunsch an den Wünschebaum dann auch hängen und die Daumen drücken, dass dieser Wunsch schon auch in Erfüllung geht und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so indiskret ist, aber ich habe da mal so ein bisschen drauf geschaut. Also es standen auf jeden Fall ganz viele Legos, setzt da noch drauf. Also so Weltfrieden wäre natürlich auch ein schöner Wunsch, habe ich jetzt nicht so gelesen, aber ich glaube für Kinder. Das ist ja gut, weil wenn ich davon ausgehe, dass die, die du gelesen hast, dann deswegen nicht in Erfüllung gehen, dann ist gut, dass du den Weltfrieden nicht gelesen hast. Nein, aber auch das schöne Aktion und ich finde, man muss halt auch, ich meine, es ist ja trotzdem im Familienpark, man muss es ja immer auch richtig auch einordnen und von daher muss man dann auch für Groß- und Klein-Aktionen dann noch einplanen und ja, auch das wurde auch sehr, sehr gut dann auch angenommen. Ja, das kann das Legoland echt gut, das stimmt. Ja, dann war schon die Mittagszeit, aber die haben wir entsprechend mit verschiedenen Vorbereitungen dann auch verbracht, denn um 14 Uhr und da möchte ich auch ganz kurz auch dazu erzählen, war ja schon meine zweite Signierstunde im Lego City Shop und da habe ich mich sehr drüber gefreut und war auch echt aufgeregt, weil wie ich ja schon am Anfang erwähnt habe und wie ihr auch schon wisst, ist ja jetzt im Juli erst vor zwei Wochen jetzt mein neuer Legoland Reiseführer dann auch erschienen und das haben wir zum Anlass genommen, dass ich da im City Shop, das ist ja wirklich einer der größten Lego Shops auch deutschlandweit, da mein Buch signieren kann und ich bin ja auch immer so nervös, kommt überhaupt jemand, weil man weiß ja schon im Vorfeld darauf hin und aber ob dann wirklich dann auch Leute wirklich dann auch kommen, um das Buch dann auch zu kaufen und dann auch zu signieren und das war dann so, ich war dann auch in diesem Backstage-Bereich dann auch, ich habe das dann auch gar nicht so wirklich wahrgenommen, sondern habe dann so gewartet und ich hatte dann auch noch eine Viertelstunde Zeit und habe dann noch kurz was getrunken und draußen war schon irgendwie alles aufgebaut, also im Shop dann auch und dann wurde es dann immer kürzer, noch fünf Minuten, noch zwei Minuten und ja, man wünscht es sich ja auch so, dass den Leuten das auch gefällt, was ich irgendwie mache und auch das ist das Buch, dass es auch ankommt und dann komme ich dann aus dieser Tür raus und sehe dann wirklich eine Riesenschlange und ich habe mir gedacht, nee, die kommen jetzt nicht wegen mir oder sowas und doch, doch, die stehen alle irgendwie für dich dann auch an und es war noch mal mehr wie jetzt auch bei der ersten Signierstunde, weil das Thema natürlich auch mit dem Legoland-Buch halt viel naheliegend da auch war, wie jetzt auch das erste Buch, wo das Legoland zwar auch mit integriert war, aber auch andere Parks und jetzt war es ja ein Buch nur fürs Legoland und von daher waren ganz, ganz viele tolle Leute auch mit dabei, viele, die ich auch kannte, viele, die ich auch gar nicht kannte, die da auch ganz neu auf mich aufmerksam geworden sind und ja, und ich hatte auch Geschenke auch in petto und zwar hat das Legoland mir auch ein paar Sets zur Verfügung gestellt, also das heißt, die ersten fünf Familien, die halt rechtzeitig da waren oder als erstes da waren, haben das neue Legomutica-Set auch von mir beziehungsweise vom Legoland dann auch geschenkt bekommen, dann gab es Legoland-Lenja, die ich an alle verteilen durfte, ich hatte meine Freizeitpark-Dreller-Bären dann auch dabei, habe meine Bücher signiert, ganz viele Fotos dann auch gemacht und war dann eine gute Stunde echt beschäftigt irgendwie, dann auch mich mit allen zu unterhalten, hatte danach noch ein kleines Interview dann auch, es war auch noch eine Buchbloggerin auch da, die halt über Bücher bloggt und da auch einen eigenen Kanal hat, die mir da auch noch ein paar Fragen auch gestellt hat und es war irgendwie sehr, also es ging irgendwie schnell rum und trotzdem irgendwie war es halt irgendwie lange und ja, ich bin da echt wirklich, wirklich dankbar zum einen, ja, beim Legoland einfach, dass ich diese Möglichkeiten auch bekommen habe, jetzt auch schon zum zweiten Mal, zum anderen, dass auch so viele auch dabei gewesen sind, vorbeigeschaut haben, auch die lieben Worte irgendwie, auch ganz viele Kinder, die sich total gefreut haben, es gab auch welche, die waren total aufgeregt auch, wo ich dann gedacht habe, was bin denn noch ich irgendwie? Ja, ja, ich kenne das, genau. Und ja, einfach in so einer Kulisse da sein zu dürfen, sich so kreativ auszuleben, das Buch überhaupt schreiben zu dürfen, also das, ich weiß nicht irgendwie, ja, ich bin da echt sprachlos, dankbar und habe da wie gesagt auch beim Legoland ganz, ganz viele tolle Ansprechpartner und ich fühle mich ja wirklich schon als Teil des Teams irgendwann auch, weil ich da auch alle kenne und die kennen auch mich und irgendwie ist es da wirklich ein schönes Miteinander und ja, von daher war das sehr toll. Aber ich will auch immer wieder nochmal festhalten, dass das nicht der Grund ist, warum wir die Sachen so hervorheben, weil sonst könnte man ja glauben, nee, ja, deswegen ist das jetzt hier und deswegen reden wir alles schön. Es ist zu Recht auch der dritt meistbesuchte Freizeitpark in Deutschland und es ist, die machen super viel, man hat eben, man hat dieses Lego-Thema, aber jetzt auch unabhängig von dem Lego-Thema, habe ich halt einfach immer liebevoll gestaltetere Attraktionen noch und ganz, ganz viel drumherum und viele kleine Sachen, also ich kann da wirklich den Tag verbringen. Ich habe nicht nur drei große Attraktionen, auch viele kleine Sachen und das ist halt wirklich schön und die machen das einfach gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht teile, das ist mich sozusagen so wie du und ich würde es immer nochmal festhalten, damit nicht das Gefühl aufkommt, irgendwie zu sagen, dass du deshalb oder weil du da jetzt dein Buch schreiben durftest oder vertreiben durftest und die sich nicht, sondern du hattest, es ist einfach, es ist ein schönes Ambiente und es ist einfach toll gemacht. Das wollte ich einfach nochmal vorheben, das ist mir wichtig. Ja, aber es ist auch schwierig, ich meine, wir lieben ja das, was wir tun, sonst würden wir es ja nicht tun, also das ist ja auch immer so ein Thema. Ja, wir lieben Freizeitparks, aber es gibt natürlich auch immer wieder so Parks, wo wir sagen, oh, das ist jetzt nicht das, was mir so gefällt, ne, es ist ja immer, aber das, das Legoland trifft halt das, was mir persönlich auch sehr gut gefällt an einem Freizeitpark oder an einem Themenpark, muss man ja sagen. Ja, es ist total die Geschmackssache. Ich meine, Leute, die halt mit ganz krassen Achterbahnen fahren wollen, mit tausend Überschlägen, die werden halt da nicht fündig. Genau. Aber die zwei Typen sind wir ja nicht. Also wir freuen uns ja auch an den kleinen Attraktionen und auch mit der Dschungel-Expedition oder wie sie auch alle heißen. Ja, voll. Und den Yago to Ride, das macht uns ja genauso irgendwie auch Spaß. Also das ist, ja, es ist auch für mich ganz, ganz schwierig, aber natürlich bin ich begeistert, weil ich halt einfach so eine lange Historie schon mit dem Legoland habe und das war jetzt nicht von Anfang an, dass sie mir Türen und Tore geöffnet haben, sondern das hat sich halt über die letzten Jahre dann auch entwickelt und ich war auch vor den ganzen Aktionen schon ein Fan irgendwie dann auch davon, seit dem ersten Besuch dann auch dort. Und für mich sind es halt einfach Träume, die in Erfüllung gehen. Und trotzdem, klar, guckt man natürlich, was könnte man noch besser machen. Man vergleicht es ja auch mit anderen Parks, aber ich finde halt, das Legoland ist halt nochmal so eine eigene Kategorie für sich und man kann es halt nicht mit einem Europa-Park oder mit Disneyland Paris irgendwie vergleichen. Genau. Aber trotzdem, wie gesagt, wäre ich für meine Meinung nicht bezahlt. Ich darf trotzdem sagen, was ich möchte. Und diese Folge hier wird auch nicht an das Legoland vorab geschickt. Ja, also ja, es ist immer schwierig, wie gesagt, ich kann ja auch Leute daraus verstehen, die sagen, wir müssen ja jetzt irgendwie was Positives sagen, nehmen müssen wir nicht. Ich meine, wir hätten das natürlich mit so einem Park, der uns jetzt nicht gefällt oder wo wir sagen, das stimmt irgendwie alles nicht und das ist irgendwie, gibt es keine Thematisierung oder sowas. Dinge, die uns wichtig sind, da würdest du und ich ja auch sowas gar nicht machen. Insofern ist es natürlich schon so, dass man so Aktionen ja nur mit Parks macht, die man irgendwie auch, die man halt auch fühlt und die man halt auch gerne mag. Und dann ergibt sich das halt eben, ja, so. Aber ich habe nachher doch noch einen großen Kritikpunkt. Ach, sehr gut. Ja, also da habe ich mir lange Gedanken zu gemacht. Sind es die Apfelpommes? Ja, die gibt es immer noch nicht. Ja, das ist unsere Dauerkritik, oder? Ach, echt, die Apple Fries. Also nochmal für alle, die es nicht kennen, es gibt in vielen, vielen anderen Legoland-Parks weltweit, gibt es frittierte Äpfel. Also Äpfel, die werden wie so ein... Wie Pommes geschnitten, ne? Genau, Pommes geschnitten. Dann auch in so einen Teig dann auch so reingerührt und das wird dann so schön ausgebacken. Dazu noch Soft-Eis, dann halt irgendwie noch Sahne drüber, dann kann man das so reindippen auch und dann sieht das aus wie Pommes, aber es sind eigentlich Äpfel. Und seit Jahren wirklich, also selbst die oberste Geschäftsführerin, Manuela Stone, habe ich dazu schon voll gelabert. Ich habe gesagt, ich möchte gerne diese Apple Fries irgendwie haben und sie wurden wohl schon irgendwie ausgetestet, aber es ist, glaube ich, wohl zu aufwendig, wobei die anderen Legoland-Parks können das irgendwie auch bewerkstelligen. Also ich bin da noch dran, also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist deine Mission. Das ist meine Mission. Also Legoland, wenn ihr auch unseren letzten Kritikpunkt noch ausschalten wollt, dann hätten wir gerne Apple Fries. Sehr gut. Ja, dann, ja, also es kommen noch ganz viele weitere Highlights. Um 16 Uhr haben wir uns dann die Legoland-Parade angeschaut. Ach, das ist toll. Und die kennst du ja auch. Ja, mit Ohrwurm. Ja, fantastisch phänomenal. Wir kennen es alle. Und diesmal war auch ein paar Stelzenläufer auch mit dabei oder Stelzenläuferinnen, auch ein paar mythische Fabelwesen, also waren auch etwas abgewandelt. Also die ganzen Paradewagen waren trotzdem noch da. Die Characters waren noch mit dabei. Auch Sharkboy war auch mit dabei. Grüße an Marie-Belle an dieser Stelle, die ja der größte Sharkboy-Fan ist. Und ja, also auch da wieder erweitert. Sie hatten auch noch mehr Tänze auch mit dabei. Also das hat diese Parade wirklich auch abgerundet. Und ich erwähne es einfach, weil es ja viele auch schon in meiner Story auch gesehen haben. Ich bin da auch auf die Familie Carpendale auch getroffen. Auch das hat schon viele auch interessiert. Also Anne-Marie und Wayne Carpendale waren auch zu Gast, die sich relativ kurzfristig angemeldet hatten beim Legoland, dass sie doch gerne auch mit ihrer Familie vorbeischauen wollen würden. Und ja, plötzlich standen die da neben mir, kamen dann gerade pünktlich auch zur Parade. Also viele haben es ja vielleicht in meiner Story dann auch gesehen, dass ich ja auch ein paar Videos auch mit denen machen konnte und auch ein Interview. Das war für mich ja auch sehr spannend, weil ich kenne ja die beiden auch nur aus Film und Fernsehen oder Funk und Fernsehen. Wie sagt man so schön? Genau. Aber ganz, ganz nette Leute und ja, war eine schöne Begegnung und ja, auch mal so zu sehen, wie die so die Legoland-Parade auch wahrgenommen haben. Und es ist immer so spannend, gerade bei Menschen aus der Öffentlichkeit, denkt man so, okay, gehen die da hin, damit sie jeder anguckt? Oder weil sie da hin müssen oder weil sie, keine Ahnung, bezahlt wird oder sonst was. Aber die waren halt einfach so da, weil sie halt ins Legoland wollten. Und es ist ja immer mal spannend, dann auch zu sehen, wenn man dann, du bist ja auch so ein bisschen, konntest du ja auch mit denen mal so kurz ein paar Minuten verbringen, zu sehen, dass es denen halt wirklich, glaube ich, gefällt. Dass sie jetzt nicht nur da zur Parade tanzen, weil sie wissen, das ist dann auf Instagram oder so. Also ich glaube, so hattest du ja das Gefühl mir auch vermittelt, dass sie das auch wirklich ganz cool fanden. Ja, ja, und ich fand beide total wohnständig irgendwie. Also die sind dann auch auf uns zugekommen. Ich meine, klar, da war noch ein Mitarbeiter vom Legoland dann auch mit dabei. Und ich wurde ja schon auch vorgestellt, dass ich dann auch die Story dann auch mache und sowas. Aber die meinen dann, ja, gar kein Problem, wenn du irgendeine Story mit uns machen willst oder sowas. Sehr gerne. Guck halt einfach, wie es irgendwie reinpasst. Und ja, von daher kann man jetzt das in der Legoland-Story auch nochmal sich auch anschauen. Und für mich war das was Besonderes. Also ich bin so ein bisschen, vielleicht kommt das auch so mit dem Alter so aus diesem Promi-Aufgeregt-Sein. Und da bin ich, glaube ich, so ein bisschen raus. Also früher war man da viel aufgeregter. Und Gott, jetzt treffe ich irgendwie Promis, die man so aus dem Fernsehen irgendwie kennt. Naja, weil man ja doch immer wieder, und ich kenne das schon aus meiner Radiozeit von früher, auch bei Sängerinnen, Sängern, so auch immer, also Musikern und so. Da denkst du auch immer, oh, und dann irgendwann stellst du fest, das sind halt ganz normale Menschen. Das merkt man dann halt auch. Ja, also ich finde, wie gesagt, das war eine schöne Begegnung. Und ja, von daher hat das auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Aber im Fokus stand auch die Parade. Und auch da, alle haben mitgetanzt den Legoland-Dance oder Baue-Dir-Deine-Welt-Aus-Stein. Und also ich lieb's. Und am Anfang, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich war jetzt nicht der größte Fan von Anfang an von diesem Lied. Aber wenn man dann mal dort ist und dieses Lied mal in Dauerschleife gehört hat, es verfolgt einen auf Dauer. Und jetzt irgendwie summing's auch irgendwie fast tagtäglich irgendwie vor mich hin. Auch im Büro, sag ich jetzt mal, habe ich schon alle infiziert mit diesem Lied. Das bleibt hängend. Sodass alle auch im Büro, die zum Teil auch noch gar nicht im Legoland waren, ich arbeite daran, dass da wirklich jeder auch mal vor Ort war, zumindest schon mal den Tanz und auch die Musik dazu machen. Ja, so muss das sein. Sehr gut. Ja, dann ging's auch schon weiter und auch das ist jetzt vielleicht ein Programmpunkt, was ich dir auch empfehlen würde, denn das findet jetzt auch grundsätzlich statt und zwar die Sommershow. Die Sommershow ist in der Legoland-Arena, findet dreimal am Tag statt, von dienstags bis sonntags, also Montag ist spielfrei, aber ansonsten um 13, 15 und 17 Uhr. Und dieses Jahr, auch da wieder passend unter dem Thema Mythologie, Mythologie geht es um die Zukunft des Landes, der Mythen und Legenden. Und ich bin ja immer bei so Shows, in Parks, grundsätzlich, ich meine, wenn man einmal ein bisschen in Paris war, ist man so ein bisschen auch versaut. Also man findet dann kaum noch irgendwie was anderes von mir dann auch gut. Und es gibt auch wirklich viele Parks, wo ich mir die Shows anschaue und denke, ach nee, das kann ich mir irgendwie nicht auch antun. Wobei ich da kurz reingreiche, ich finde, man muss es halt einordnen. Also ich finde halt die Parade im Legoland auch gut. Ich weiß natürlich, dass es keine Disneyland-Paris-Parade ist, aber dafür, dass es Legoland ist, für einen kleineren Park, ist es trotzdem schön. Ich glaube, wenn man es so einordnet, dann geht es auch. Weil sonst kann man nicht immer alles so übel vergleichen. Ja, aber sage ich mal, gerade bei so, ich bin kein Fan von so akrobatischen Sachen oder Sachen, die so ewig da noch gehen. Und da muss ich aber sagen, also gerade in der Legoland-Arena haben sie vor allem die Kulisse echt aufwendig gestaltet dieses Jahr. Also ich kenne es viel, viel einfacher aus den letzten Jahren. Also sie hatten ja wirklich richtig viele Effekte von Nebel, Feuereffekte, bis hin, sie hatten sogar einen eigenen Wasserfall in der Arena. Und da ist man dann, okay, wo kommt der jetzt irgendwie noch her? Und ansonsten hat verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die halt dann auch, ja, also so ein paar, ja, wie sage ich denn, Kunststücke hört sich jetzt total irgendwie banal an. Und das war viel, viel krasser. Also gerade so eine Frau am Schwebebalken, das heißt, der Schwebebalken wurde nur gehalten von so zwei sehr stabilen Männern auf den Schultern. Und sie da irgendwie dann in die Lüfte gewirbelt worden mit Überschlägen. Und dann ist sie halt immer nur da drauf gelandet, auf so einem ganz dünnen Stäbchen, muss man dann auch sagen. Also das war echt, also ich fand, es war wirklich alle so Atem angehalten. Okay, wird sie sicher dann auch landen. Ansonsten halt auch Akrobaten, dann eine Drommelshow. Zum Schluss einer, der halt sich durch die Lüfte irgendwie Spider-Man dann auch bewegt hat. Und das war wirklich krass. Also der kam dann schon mal raus in so, der hatte so ein ganz enges Kostüm irgendwie an. So ein bisschen wie Spider-Man dann auch. Nur halt in so einem weißen Outfit super durchtrainiert. Aber ich glaube, das musste man auch sein. Und also alle waren dann so irgendwie, okay, das macht er jetzt nicht. Also der hat dann Spagat in den Lüften gemacht, so an so, nur so zwei Seilen dann auch. Und hat sich dann so nach unten und nach oben gewirbelt dann auch. Und dann noch nach unten fallen lassen. Und das war dann jeder so Luft angehalten, Luft angehalten. Hoffentlich schafft er es dann auch. Dann war eine Sandmaler, Malerin heißt das so. Also die hatten so schöne Bilder. Genau. Also es ging eine halbe Stunde. Ich fand es sehr kurzweilig. Und auch wenn jetzt nicht alles mich in Perfektion begeistert hat, war es trotzdem, wo ich dann gedacht habe, also ja, nochmal, wo befindet man sich im Legoland? Musik toll, Kulisse super, Story. Aber da habe ich ja eh mal ein Problem, habe ich nicht verstanden. Also es wurden dann irgendwelche Buchstaben dann auch angezeigt im Hintergrund, die dann halt so ein Schlüsselwort dann auch ergeben haben. Am Ende ist es welchen Geraden. Aber so, also ich finde, das brauchte man auch nicht. Aber wie gesagt, auch eine riesige LED-Wall im Hintergrund dann auch. Also auch da haben die sich wirklich schon im Vergleich zu den letzten Jahren sehr gesteigert. Und vor allem die Akrobaten, Akrobatinnen, die ja sicherlich auch aus dem Umland, also die meisten kommen jetzt, glaube ich, nicht aus Deutschland, dann auch dort jetzt im Sommer, gerade diese Sommershow, dann auch durchführen. Wirklich spektakulär. Spektakulär. Und es war auch, und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, kommt auf jeden Fall rechtzeitig. Also wer denkt so zehn Minuten vorher, da einen guten Platz noch zu ergattern, obwohl die Arena echt groß ist, no chance. Also mindestens eine halbe Stunde da schon anstellen, weil es ist wirklich, egal welche Show, es war immer sehr, sehr, sehr viel los. Okay, gut zu wissen. Und das ist, wo nochmal, ist das in diesem kleinen Amphitheater, wo wir damals... Nee, das ist da, wo es die Lego-Pommes gibt. Ah, okay, okay. Ach ja, ja, stimmt. Ach, in der großen Arena, genau. Genau, in der ganz, ganz großen Arena. Du meinst das Affentheater? Ja, ja, genau, stimmt. Das hätte mich jetzt auch gewundert, was ein bisschen klein. Die große Arena, genau, in der war ich irgendwie noch nie drin, weil da, ja, die sieht immer so zu aus. Ja, nö, aber jetzt, wie gesagt, die große Arena. Jetzt ist sie auf. Sehr gut. Jetzt ist sie auf, dreimal am Tag. Sehr schön. Ja, dann ging es auch weiter. Ich versuche wirklich nur, die Highlights irgendwie rauszupicken, weil wir haben noch so viel dann auch gemacht. Wir sind auch ein paar Sachen auch gefahren, aber eher weniger, weil ich bin wirklich eher von Showprogramm zu Showprogramm dann auch gelaufen. Dann um 18.30 Uhr war noch eine Kinderdisco, dann auch auf der Burgbühne, also da, wo auch die Drachenachterbahnen dann auch sind. Ich war auch zum ersten Mal im Minifiguren-Atelier. Das befindet sich wieder im Eingangsbereich. Da kann man sich seine eigene Lego-Figur zusammenbauen. Also da kann man wirklich so customisen, Füße, Oberteil, Kopf kann man aussuchen, dann irgendwie einen Kopfschmuck und Accessoire kann man sich dann aussuchen für 2,50 Euro oder sowas. Also wenn man irgendwie sechs kauft, also wird es auf jeden Fall viel, viel günstiger. Man kann sich die dann auch noch gravieren lassen mit dem Namen. Und das ist halt auch irgendwie cool. Also da ist auch immer sehr viel los, aber das macht auf jeden Fall auch immer Spaß, sich so seine eigene Figur dann auch so zusammenbauen zu können. Oh ja, vor allem wenn man so die Vielzahl an Dingen sieht, die es da auch gibt, so an Füßen und so, es gibt ja auch irgendwie, es gibt ja jetzt ja alles. Und das macht dann schon auch Spaß, allein da mal einzutauchen in die einzelnen Körperteile von Lego. Ja, eine Minifigur, ich habe es gerade hier, kostet 2,49 Euro. Und sechs Minifiguren kosten 12 Euro. Okay. Und da kann man wirklich auch sich ganz special Figuren zusammenstellen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch vor allem für alle, die halt gerne mit, also es gibt ja viele, die halt große Lego-Sets zu Hause haben und Welten, Lego-Welten. Und dann vielleicht den ein oder anderen wirklich special Minifigur-Character irgendwie haben will, der wird auf jeden Fall da auch fündig. Oder sich selber nachbauen und in seine eigene Lego-Welt reinsetzen. Genau. Oder man geht ja auch in die Lego-Fabrik, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Zum einen gibt es ja dann den Fabrikstein, also den Sammelstein, den man sich da gerade abholen kann. Sieht dann, wie Lego-Steine produziert werden. Und dann gibt es ja dann auch noch den Bereich, wo man sich dann auch wirklich die Kleinstteile dann auch noch kaufen kann. Also wer zu Hause noch irgendwie Steine benötigt, der findet da auch oder wird da auch fündig, kann sich dann wirklich so in 100 Gramm-Päckchen irgendwie sich dann die Steine da auch abfüllen. Genau die man dann auch entsprechend braucht. Ach cool. Ja, dann wurde es immer dunkler und dunkler, was man auch erwähnen muss. Und da komme ich jetzt auch schon zu einer der Kritikpunkte. Es waren ganz viele tolle Stände aufgebaut. Cocktailstände, Kaffeestände. Also mit alkoholischem Cocktail, so Hugo, Lily, Whiteberry, aber auch so Soft-Getränke. Aber, und ich hasse es wirklich, nur Bargeld. Keine EC-Geräte. Und sorry, wer hat heutzutage noch viel Bargeld dabei? Also, ja, das heißt, man konnte sich da eigentlich maximal ein Getränk irgendwie dann auch holen, weil mehr Geld hatte ich da einfach. Und man hat wirklich auch viele Leute gesehen, die da einfach frustriert dann auch weggegangen sind von den Ständen. Warum das so ist, konnte man nicht sagen. Es waren auf jeden Fall halt schon Schilder vorbereitet. Also das scheint wohl so kalkuliert gewesen zu sein. Ob da die EC-Geräte keine richtige WLAN-Verbindung haben, man kennt es ja irgendwie auch schon, das Thema. Aber ich finde trotzdem, in der heutigen Zeit muss man sowas auch anbieten, weil auch um das Pfand dann auch abzugeben, musste man sich dann wieder irgendwie 15 Minuten noch anstellen, weil es keine separate Pfandabgabe dann auch gab. Also das war echt ein bisschen doof. Ja, also ich will halt heutzutage, wenn ich in einen Park gehe, eigentlich kein Geld dabei haben müssen. Und am besten alles mit meiner Uhr bezahlen oder mit meinem Handy und am besten gar nichts mit mir rumtragen müssen. Und das muss eigentlich sein. Da bin ich bei dir. Ja, und da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Es gab jetzt halt auch keine Special-Food-Stände oder sowas. Also so Street-Food-Market-mäßig. Ich meine, klar, die Restaurants und die Snack-Stände, die hatten alle grundsätzlich offen. Aber so, ich meine, wir beide sind ja auch so Schlecker-Mäuler. Hm, irgendwie. Irgendwas Special-mäßiges irgendwie für dieses Event hätte ich im IQ gefunden. Und ich meine, so thematisierte Cupcakes und Co., da können die auch noch, also da haben sie auf jeden Fall noch irgendwie Nachholpotenzial. Das können die sicherlich auch noch irgendwie gut machen. Oder halt die Apple-Fries. Das wäre der Abend für Apple-Fries, ich wollte es gerade sagen, als Special-Event. Ein Stand irgendwie. Und zur Not, wenn sie mal jemanden brauchen, ich mache das auch mal einen Tag. Für Umme. Also ich frittiere da auch die Äpfel von morgens bis abends. Das wäre doch was. Stefan frittiert für euch den ganzen Tag Äpfel. Das wäre für mich ein Highlight. Ja, also, ja, und auch da, also deshalb muss ich sagen, kulinarisch, also Getränke, wie gesagt, sie hatten eine große Auswahl. Aber wir konnten uns gerade ein Getränk nur leisten, weil wir hatten halt einfach kein Bargeld dabei. Und, ja, und halt so ein paar Special-Snacks irgendwie wäre halt auch cool gewesen, weil das hätte, also das gibt es eigentlich sonst auch immer. Und das hätte ich mir irgendwie noch gewünscht irgendwie, auch wenn natürlich schon viel angeboten worden ist für so einen Familienpark. Aber so kulinarisch und getränketechnisch hätte man da einfach nochmal eine Schippe drauflegen können. Vielleicht für nächstes Jahr auch. Das wäre so mein Kritikpunkt. Genau, man müsste sich immer nochmal verbessern können. Ja. Dann, und ich bin immer noch nicht am Ende, ich gehe es einfach so ein bisschen chronologisch durch. Um 20 Uhr spielte dann die große Big Band auf der Bühne. Und das ist wirklich eine große, große, große Big Band gewesen. Die sind also Live-Musik wirklich vom Feinsten. Und die waren letztes Jahr auch schon da und haben halt als Eingangssong, und ich fand es so toll, den Legoland-Paradensong live gespielt. Und es ist nochmal, ich kriege da wirklich Gänsehaut. Ach was. Die haben das so toll gemacht, live gesungen dann auch. Dann kamen dann auch Characters vor die Bühne, die dann auch den Legoland-Tanz gemacht haben. Also hier Leute von Nimjago, dann so Legosteinmännchen irgendwie. Ganz, ganz viele Tänzer. Und das war so eine ausgelassene Stimmung irgendwie. Also das startete dann nochmal so richtig so diesen Abend. So alle haben dann so getanzt irgendwie. Dann konnte man auch Fotos danach haben. Cool. Und dann haben die bestimmt dann anderthalb Stunden wirklich Live-Musik gespielt. Aber auch wirklich gut. Also es gibt ja oft so Bands, wo man sich denkt, ach ja bitte, jetzt hört mal auf. Also auch so Lieder wie Skyfall und sowas. Also so richtig bombastische Songs dann auch, die so diesen ganzen Miniland-Bereich irgendwie wirklich so eingehüllt hat in so einer schönen, festlichen Stimmung. Die Leute hatten irgendwie halt auch so Leuchtstäbe in der Hand. Und es gab der, der ein Getränk hatte, hatte dann ein Getränk. Also es war halt wie so eine kleine Sommerparty irgendwie dann auch. Aber musste man dann dort bleiben? War dann der Rest schon abgesperrt? Oder hättest du alternativ noch irgendwas fahren können? Nee, man hätte bis 21.15 Uhr war Lego Mythica auf. Und dann ab 21.30 Uhr wurden dann die hinteren Themenbereiche abgesperrt. Aber man konnte dann auch, und das haben wir ja auch gemacht, wir sind dann mit diesen Feiern Eistower dann noch gefahren, so um halb neun oder so. Also man konnte dann abends schon noch fahren in Dämmerung. Da bin ich immer so ein großer Fan von, bei diesen Events, dass halt, wenn dann sowas ist wie die Big Band, dass dann die Leute an sich zieht. Und wenn man jemand wie ich ist, der noch lieber Sachen fährt, dann einfach schnell noch ein paar Sachen fahren, ohne groß anstehen zu müssen. Das ist ja auch immer was Schönes. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, die Wartezeiten waren auch abends halt sehr lange. Also gerade beim Feuertrachen waren es dann immer noch 45 Minuten, so um halb neun. Ja, das war dann doch schon ganz lange. Ja, okay, gut. Aber trotzdem, genau. Genau, ein DJ war dann auch noch irgendwie da. Der hat, glaube ich, vor der Band dann auch gespielt. Also es war eigentlich immer irgendwie Musik und schöne Stimmung irgendwie dann auch. Und dann, und ich glaube, das war ja das Highlight, auf das sich viele gefreut haben. Bevor ich aber das noch erzähle, kam ja dann nochmal die Wassershow dann auch, die vor allem halt abends echt schön war in der Lagune um 21.45 Uhr. Die dann halt nochmal schön beleuchtet dann noch war. Also das war auch wirklich sehr, sehr schön dann auch zu sehen. Und dann um 22 Uhr und da haben halt wirklich alle über den gesamten Tag um mich gebibbert. Wegen Regen, wegen Gewitter wird dieses Feuerwerk dann auch stattfinden, weil ich glaube, da ist man dann schon enttäuscht, wenn es dann nicht stattfindet. Und die gute Nachricht war, es hat stattgefunden in vollem Glanze. Und noch dazu, und das ist auch ganz neu gewesen, gab es auch eine Eröffnungszeremonie auf der Bühne mit Olli, also dem Parktrafen Olli, in einem Klitzeroutfit, der ja den Abend zum Leuchten gebracht hat. Also es war dann erst ganz dunkel und dann hat er dazu getanzt und dann hat man dann gesehen, wie dann immer so diese Lichtkegel immer heller und heller dann auch wurden. Also er hat dann wie so dieses Feuerwerk dann so eingeleitet. Plötzlich wurde es dunkel. Er zeigt irgendwie so nach rechts, alle gucken irgendwie nach rechts oder nach links war es besser gesagt, zum Aussichtsturm, weil der Aussichtsturm, da ging dann das Feuerwerk los und zwar nach unten. Also das heißt, diese Gondel ist nach ganz oben gefahren oder war schon oben und da drunter war, wie in so einem Kreis, wie in so einem Wasserfall, ist dann so diese Pyrotechnik da auch losgegangen. Ein super cooler Effekt, habe ich so auch noch nie irgendwo da noch gesehen und dann ging halt das große Feuerwerk los und auch da, man muss immer wieder, ich sage halt, es ist ein Familienpark. Also es war wirklich ein Musikfeuerwerk, echt toll, riesige Feuerwerkselemente im Himmel. Also es waren jetzt nicht nur so zwei, drei Fünkchen, sondern das ging dann, glaube ich, auch so eine Viertelstunde dann auch. Echt toll und man hat wirklich gehört, wie die Leute da auch begeistert waren und die Kinder mit großen Augen und also das haben sie schon sehr gut gemacht. Und das muss man auch, auch wenn der Tag lang ist und auch für uns, ich meine, wir waren ja von 8.30 Uhr in einem Park bis dann 22.30 Uhr, aber das war dann echt nochmal, das war echt ein schöner Abschluss. Und auch mit dieser Pre-Show dann auch mit Olli und dann dieses Feuerwerk an verschiedenen Stellen, die Musik, die auch echt toll dann auch war dazu, das war schon so ein Highlight. Und ich hoffe, dass das wirklich viele auch sich so mal live auch anschauen können, weil so über die Videos kommt das auch immer nicht so rüber. Ich meine, das kennst du ja selber auch von anderen Parks, aber das haben die schon super auch gemacht. Ja, und das gehört ja auch dazu, nach so einem langen Parktag, das rundet sowas hier ab. Das können die natürlich auch nicht immer machen, die haben ja auch Nachbarn und so da, aber umso schöner ist es, dass man dann auch dieses Feeling, was man auch von den ganz großen Parks dann kennt, auch mal in einem Legoland hat, dass man so diesen Tag so schön abgerundet bekommt. Toll. Ja, und das fand ich auch cool danach, ich meine, alle Leute waren halt im Miniland, war es dann so, dass ja erstmal so eine Riesentraube sich noch nach vorne bewegt hat, aber man wurde nicht sofort rausgekehrt, sondern es hieß dann, hey, gehen Sie es entspannt an. Ich weiß jetzt nicht, was die genaue Durchsage war, aber gucken Sie sich jetzt noch irgendwie die Bauwerke an im Miniland. Die waren ja total schön auch beleuchtet jetzt auch gerade. Das sieht man ja so tagsüber ja auch nicht, weil der Park hat ja sonst nicht immer so lange auch offen. Ja, da wurde man halt wirklich dazu noch animiert, nicht wie alle anderen zum Auto zu laufen, weil das hat einen Riesenrückstau ja auch dann auch sich gebildet in Richtung Autobahn und Schnellstraße, sondern einfach da vielleicht noch eine Viertelstunde zu verweilen, sich die Bauwerke anzuschauen, da ganz gemütlich nach draußen zu laufen. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben uns das noch angeschaut. Das ist auch mega schlau vom Park, dass du nicht sagst, so tschüss, alle raus jetzt, Feierabend und dann strömen alle da und du hast eine Riesentraube, sondern dass du den Leuten noch eine Idee gibst, nochmal irgendwie da zu bleiben und nochmal einen Grund gibst, dass sie sich ein bisschen entzerrt. Sehr, sehr cool. Ja, also nee, das haben die schon ganz clever gemacht. Also ich würde sagen, es war wirklich ein rundum gelungener Tag. Das Wetter, klar, hätte noch ein Tick besser sein können, noch sonniger, aber ich bin echt happy, so wie es überhaupt gelaufen ist. Dass ich mir fast alle Sachen anschauen konnte. Es gab nur so zwei, drei Programmpunkte, die ich leider irgendwie verpasst habe, aber schaut euch auf jeden Fall im Vorfeld irgendwie den Programmplan an, beziehungsweise die Infos auf der Website. Vor Ort sind auch ganz viele Aufsteller, wo ihr euch nochmal die Zeiten auch anschauen könnt. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist halt schon eines der Highlight-Events in jedem Jahr im Legoland. Wobei, das sage ich dann halt auch immer so zu Halloween, weil Halloween finde ich auch irgendwie toll. Und wenn dann noch Weihnachten irgendwie ist, da werden sich ja bestimmt auch wieder was Schönes auch einfallen lassen. Ja. Aber ich finde schon, dass sich das Legoland echt gemacht hat über die letzten Jahre. Also ich kann es nicht anders sagen. Und ja, vielleicht bin ich da einfach auch so positiv irgendwie eingestellt. Aber irgendwie hat mir das echt gefallen. Ja, man muss halt wissen, was man halt will. Wenn man jemand wie wir, das ist ja das, was wir vorhin auch sagten, wenn man so Thematisierung mag und so und auch einen Blick hat für die kleinen Dinge, die ganzen Details und so, dann ist das super. Wenn man jetzt das jetzt hier hört und ist sonst ein Fan von Riesen-Achterbahnen, wie du ja sagst, irgendwie hör schneller weiter und Thematisierung ist einem egal. Ich hatte auch die Tage hier in der Nachbarschaft ein Gespräch mit der Familie und ich sagte, oh, dann müsste man hier Legoland und Düsseland und was es alles so gibt und so schöne Thematisierung. Und da sagten die auch, nö, die fahren dann lieber in so andere Parks, wo einfach nur Achterbahnen stehen. Ja. Und ich konnte das gar nicht verstehen, aber ich denke dann immer nicht, weil die das sich noch nicht angeguckt haben und nicht wissen, wie schön das ist. Aber nein, jeder hat da eigene Präferenzen. Und das muss man halt wissen. Und ich glaube, wenn man so tickt wie wir, und ich glaube, das tut man, wenn man unseren Podcast hört, dann gefällt es einem da auch. Und dann können wir das auch empfehlen, wenn jetzt jemand zum ersten Mal einschaltet und mag sonst nur Fünffach-Loopings und die größten Drops der Welt. Dann, klar, macht wahrscheinlich, dann fährt wahrscheinlich das Legoland und sagt, okay, dann bin ich Power Builder gefahren an der höchsten Stufe, zwei, drei Mal und sonst, ja. Aber wie gesagt, und ich glaube, deswegen kann man das echt uneingeschränkt empfehlen, also wenn man so ist wie wir. Ja, und dann hat man ja noch die ganzen Merchandise-Shops, wo es ja auch die ganzen Lego-Sets dann auch gibt. Auch da, also auch da als super Tipp, wer eine Jahreskarte dann auch hat, kriegt einmal diese Bonus-Karte, also diese Gutscheinkarte, wo man halt verschiedene Coupons dann auch bekommt, einmalig für das Jahr. Und dann gibt es halt auch einen 25-Prozent-Coupon halt auf ein Lego-Set. Also das heißt, es gibt zum Beispiel auch das neue Lego-Disney-Schloss dort, habe ich gesehen. Das heißt, wenn man da den 25-Prozent-Coupon auch einlöst, hat man schon mal 100 Euro gespart von 400. Also das ist immer noch viel Geld. Aber ob ich jetzt 300 Euro ausgebe oder 400, ich finde, da hat man eigentlich die Legoland-Jahreskarte schon wieder drin. Auf jeden Fall. Und das machen wirklich auch viele, die, glaube ich, eine Jahreskarte nur haben, um sich da immer diese Sets irgendwie auch zu gönnen, weil man ja auch normal auch Rabatt bekommt. Also da sieht man vor allem am Morgen immer irgendwie überwiegend auch Väter, würde ich jetzt mal sagen, oder halt die halt dann mit Riesensets und Bestelllisten, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, aber sie machen das einfach, da irgendwo da auch in den Shops dann auch unterwegs sind. Ja, also auch das hat man ja dann auch, da hat man ja noch das Feriendorf, das heißt, man kann ja auch dort auch übernachten, aber es war auch da alles ausgebucht. Also wir sind dann am Abend auch wieder nach Hause gefahren. Es war zwar nach einem langen Tag echt ein bisschen anstrengend, dann noch sich ins Auto zu setzen, auch das kennst du ja sehr gut. So übermüdet, nach einem langen Tag irgendwie nach Hause zu fahren. Aber man fährt glücklich nach Hause. Ja, und man hat so einfach so, ich weiß nicht, man hat dann so, also man erinnert sich so an den Tag und, also bei mir ist dann immer so, im Auto ist es eigentlich relativ ruhig dann so auf dem Rückweg. Weißt du, keiner will mir irgendwie daraus sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir immer ist. Sondern jeder ist dann so ruhig und denkt dann noch so darüber nach, wie es dann heute so war und was so die Highlights dann noch waren. Ne, das war, das war schon ganz cool irgendwie der Tag. Und von daher wollten wir auf jeden Fall jetzt ja gleich diese Folge machen, sodass ihr sie jetzt auch schnell auch euch anhören könnt. Und dann noch die zwei Samstage die Möglichkeit habt, dort vorbeizuschauen, wenn es euch interessiert. Ansonsten, ab dem 30. September bis zum 5. November findet die große Halloween-Monster-Party statt mit langem Samstagsspuk. Und Feuerwerk am 4.11. sehe ich jetzt gerade. Also nochmal, also wer jetzt denn das Feuerwerk jetzt nicht schafft, jetzt zu den mythischen Sommernächten am 4.11. ist auch nochmal Feuerwerk. Und dann die neue Wintereröffnung ab 24.11. Also das heißt, im November hat dann das Legoland zwei, drei Wochen zu, wahrscheinlich zum Umbau. Und dann ab dem 24.11. ist dann die große Wintereröffnung. Und auch da bin ich sehr gespannt. Und ich habe auch noch nicht so viele Informationen. Ich frage immer nach, ob ich schon mal irgendwie so ein paar Tipps bekommen könnte. Aber da hört sich das Legoland noch im Schweigen. Aber das kann ich mir auch schön vorstellen. Dort irgendwie mit irgendwie Klühwein. Ja, voll. Da ist gemütlich durch das Miniland dann so zu laufen. Indoor-Sachen haben ja nicht so viele. Gut, aber die Winter sind ja leider Gottes nicht mehr so kalt, wie es mal war. Da ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass es eben Outdoor-Sachen gibt. Ja, nee, auf jeden Fall. Aber so kann man über das gesamte Jahr entsprechend das Legoland in verschiedenen oder zusaisonalen Events dann auch erleben. Ja, also, ja, es ist mein Fazit. Es gibt ein paar Kritikpunkte, aber die haben seit wir, die waren wirklich sehr minimal. Ich bin und bleibe Legoland-Fan und kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich auch. Wenn ihr am 17. August da seid, schreibt mir, da können wir uns da auch sehen. Ich glaube, man ist ja häufiger mal da, weil es einfach ein bisschen mehr dran ist. Für mich ist es ja immer so eine halbe Weltreise. Und deswegen versuche ich es aber immer unterzubringen, gerade wenn man, und ich glaube, gibt es ja viel da draußen, wenn man jetzt in der Ferienzeit mit dem Auto unterwegs ist in den Süden und dann auf dem Rückweg, ist das halt super gelegen. Da fahren also gerade hier alle, wie ich hier im Frankfurter Raum oder wie auch immer, wenn man da so aus Italien, Österreich, Kroatien, wo auch immer, da so diese Strecke hochfährt, kommt man ja eh so mehr oder weniger an Günzburg vorbei. Und dann ist das ein super, super Zwischenstopp. Ja, und das genauso plane ich es jetzt auch ein. Und das ist halt auch nochmal ein Tipp für euch. Wenn ihr so denkt, ach komm, da fahr mal ein Stück durch, dann einfach nochmal einen halben Tag fahren, einen Tag Legoland machen und dann schlafen danach garantiert auch die Kinder für den restlichen Heimweg. Das ist zumindest mein Plan, nach so einem Tag im Park. Alle Eltern haben jetzt gerade glänzende Augen, oder? Ja, ja, genau. Was, wie? Die Kinder schlafen im Auto? Oh, wie schön. Das ist genau mein Plan. Und genau, das ist unser Pro-Tipp für heute. Ja, ja. Die Kinder sich müde, Spaß haben lassen im Legoland. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks haben wollt, beziehungsweise Empfehlungen zum Thema Legoland, wir haben ja auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Zum einen ja auch generell jetzt so eine neue Saison 2023 mit allen Informationen zu Legomütika, ja der neue Themenbereich. Da könnt ihr gerne nochmal so ein bisschen zurückscrollen, da findet ihr die Folgen oder auch zum Feriendorf oder auch zu meinem Legoland-Event. Also wir haben in den letzten Jahren schon ein paar Folgen dazu aufgenommen, weil wir ja immer wieder auch regelmäßig vor Ort und auch sind. Ansonsten könnt ihr auch im Freizeitpark-Trailer-Podcast ja noch ganz, ganz viele andere Parks auch mit uns entdecken. Und, und das können wir vielleicht in dem Zuge auch nochmal ganz kurz erwähnen, als kleinen Teaser, am 20. August sind wir im Europapark. Und jetzt können wir ja, wie gesagt, endlich so das Geheimnis lüften. Wir zwei sind live vor Ort, einen ganzen Tag im Studio 78. Das befindet sich direkt im französischen Themenbereich beim Concord Coaster in der Nähe, also zwischen Concord Coaster und dem 4D-Kino. Da gibt es ein kleines Studio, so ein bisschen wie so eine Art Glaskasten. Das heißt, von außen kann man da wunderbar reinschauen. Und da werden wir live anzutreffen sein. Also zum einen werden wir da neue Folgen produzieren für den Freizeitpark-Trailer-Podcast. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ja. Und zum anderen wird es am Nachmittag noch die Möglichkeit dann auch geben, uns zu treffen. Die Informationen wird es dann bald auch auf meiner Freizeitpark-Trailer-Instagram-Seite geben oder im Blog. Oder sicherlich auch bei dir, bei Mausgebabbel findet man dich ja, auf allen Kanälen und mit deinem eigenen Podcast nach zu den Disney-Parks. Aber das ist jetzt so die erste große Aktion live in irgendeinem, also nicht in irgendeinem Park, sondern im Europapark, dass wir da unseren Podcast aufnehmen können. Also wenn ihr am 20.8. Sonntag Zeit habt, kommt gerne vorbei. Wir würden uns sehr freuen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal live zu sehen. Also wie gesagt, haben wir gestern schon ein paar Follower auch treffen können im Legoland. Aber ich glaube, im Europapark wird es auch nochmal besonders. Und ich freue mich, dass wir zwar uns da auch wieder sehen, den ganzen Tag miteinander verbringen. Und ja, da hat die nächste Freude aufnehmen. Wir reden ja immer hier in so ein Mikrofon rein und denken natürlich an euch da draußen. Aber wir sehen euch nie. Und deswegen freut es euch ja auch mal, uns zu sehen. Aber uns freut es vor allem, euch zu sehen. Das ist, weil wir sehen euch ja nie. Und ihr kennt alle unsere Stimmen und was wir so treiben. Und wir kennen euch nicht. Deswegen ist es immer schön, wenn man sich da auch mal sehen kann. Und auch immer dann ein ganz großer Moment für uns auch. Und im Übrigen ganz kurz nochmal, genau, die aktuelle Mausgewabelfolge. Also je nachdem, wann ihr diese Folge jetzt hört. Aber dann guckt nochmal, die sind ja alle benamt. Da geht es auch ums Legoland. Da geht es nochmal so nachfassend um dein Event auch im Legoland. Was Maribel und ich da erlebt haben. Und auch warum das Legoland gerade für Leute, die Disney Parks mögen, eine super Alternative ist. Also deswegen auch da, wenn ihr nicht genug haben könnt von Legoland Podcasts, dann könnt ihr da auch nochmal kurz rein. Und kurze Stellungnahme dazu. Ich habe mir natürlich die Folge angehört. Es gibt keinen Western-Bereich, Jens. Da muss ich dich leider nochmal... Ich weiß, ich war irgendwie, genau. Ja, ich hatte den verwechselt. Und ich glaube, ich habe ihn verwechselt mit Legoland in, na hier in Billund. In Billund. Ja, stimmt. Da gibt es einen Western-Bereich. Da hatte ich so einen kleinen Flashback zu Billund. Ja, es gibt keinen Western-Bereich. Das stimmt. Ich fand es amüsant. Und bin so gedanklich in den Parkland durchgegangen. Wo ist denn da der Western-Bereich? Western-Bereich habe ich irgendwie was übersehen. Nee, ich war echt in Billund auf einmal mit dem Kopf. Ja. Ja, sehr schön. Ja, Jens, tausend Dank, dass du nochmal mit mir über den Park gesprochen hast. Ja, immer. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ansonsten schaut gerne in meinen Story-Highlights nochmal vorbei. Oder auch in den Story-Highlights von der Legoland-Seite. Da seht ihr auch nochmal meinen Tag dort. Über den Instagram-Takeover. Aber ansonsten würde ich sagen, dann sehen wir uns ganz bald wieder, hören uns bald wieder. Spätestens im Europapark. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch noch ein paar andere Folgen zu anderen Parks auch in der Planung. Also ihr werdet auf jeden Fall bald schon wieder von uns hören. Das werdet ihr. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018